Im Landwirtschaftssimulator 22 hast du die Möglichkeit, an deinen Ladewagen einen Selimitteltank anzubauen. In meiner Community gab es ewig eine Debatte darüber, ob das Selimittel den direkten Ertrag des aufgesammelten Gras erhöht oder ob es nur eine positive Wirkung hat, wenn aus dem Gras dann schlussendlich Silage gemacht wird. Ich habe es getestet. Okay, wir testen es jetzt aus. Wir nehmen jetzt... Warte mal, je immer die zweite Bahn müsste, glaube ich, identisch gleich lang sein. Also, wir nehmen jetzt diese Bahn hier mit Selimittel. 18.153 Liter. Das ist jetzt der ultimative Test. Wir nehmen eine identische Bahn. Oh, das ist so aufregend, Chet. Wir werden jetzt ein ewiges Mysterium aufklären. Das ist es, Chet. Das ist der Beweis! Es gibt mehr Ertrag mit Selimittel. 17.288. Ziemlich genau 5%. See you next. Das ist das crazy. 154 Literatum. Das ist pein. Was ist das?